Hey Freunde und willkommen zurück zu The Outer Worlds. Mir ist gerade eben erst das Schild hier aufgefallen. Achso, ja, wir sind auf Tartarus, dem Gefängnis des Vorstands. Hier sind ungefähr 3000 Leute, reichlich eingesperrt. Und die müssen hier offensichtlich, glaube ich, auch ihr eigenes Essen kaufen. Also die müssen, hier musst du sowieso für alles bezahlen in dieser Galaxie, aber... Taste the freedom, Alter, das ist ziemlich on the nose. Ich habe letzte Folge noch nicht so ganz gecheckt, wo es weitergeht, bis ich dann bei Folgenstart hier diese Tür entdeckt habe. Die war nicht groß genug, ihr seht, die ist sehr unscheinbar hier eingebaut, da kann man die schon mal übersehen. Reden wir nicht weiter drüber, aber ja, es ist bei mir manchmal so, ich denke manchmal einfach viel zu kompliziert. Ich dachte, man muss da irgendwie kompliziert hier mit Parkour... Mit meinen selbstverständlich perfekt ausgeprägten Parkourfähigkeiten wollte ich da hochklettern. Das ist eigentlich auch voll geil. So, jetzt sind wir hier wieder Stealth. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich hier durchgehen will. Also irgendwie auf einer Abteilung, auf einer Ebene haben sie halt momentan gar keine Ahnung, was abgeht, glaube ich, weil ich mich da durchgeschlichen habe. Ansonsten hier habe ich jetzt wirklich alle umgebracht. Zumindest so ziemlich. Ich habe gerade keine Verkleidung an, aber ich kann mich quasi gerade noch einmal rausquatschen. Der kommt jetzt hier rüber gelaufen. Hier unten ist ein, ist das ein toter, das ist ein toter Ikonoklast. Ich glaube, es ist das Beste, ich lasse mich entdecken, oder? Und quatsche mich raus. Ja, doch? Redest du etwa? Während du im Dienst bist? Jeder darf mal einen Fehler machen, aber sieh zu, dass das nie wieder vorkommt. Das kann ich übrigens überhaupt nicht leiden. Also ich war auch schon bei Unternehmen, wo du halt, äh, die das auch kritisch sahen. Oh lol. Die das auch kritisch sahen, ähm, wenn du halt allzu viel gequatscht hast. Ich meine, klar, es darf, es darf nicht ausarten. Es ist immer noch Arbeit, es soll Arbeit bleiben. Vorstandsvorsitzender Rockwell? Ernsthaft? Das war er einfach. Darf ich an der Stelle mal ganz kurz sagen, der, das ist viel zu leicht. Das ist doch garantiert ein Body-Double, oder? Der wird doch nicht einfach so hier auf Tartarus, ich meine, da wird doch hier nicht einfach so mitten im Gefängnis rumstehen. Das sieht nicht mal aus irgendwie. Ich dachte, jetzt bekommen wir dann irgendein prunkvolles Büro, so, wisst ihr? Ja, ähm, Vorstandsvorsitzender Rockwell nehme ich ein. Eigentlich hast du eine ziemliche Allerweltsfresse. Ach bitte, Phineas würde lieber sterben, als mit euch zusammenzuarbeiten. Hm, weißt du, was ein wirkliches Wunder wäre, wenn du diesen Raum lebend verlässt? Oh, yes, go on, wake them up, add more mouths to feed. That'll solve our starvation problems. I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat has been leading you through, but it's done. It's over. Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not fucking up our entire society? Hmm, das müsste ja nicht so sein, wenn du dich kooperativ zeigen würdest. Darüber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht. Es ist ja also lieber, dieser Abwärtsspirale weiterzufolgen. Ich kann diesen Ort wieder in Ordnung bringen. Okay, mit den Ressourcen und Experten auf der Hub können wir eine Menge bewirken. Ähm, ja, ziemlich. Du brauchst meine Hilfe. Wir müssen uns auf das nicht zufrieden, Captain. Kann ich den jetzt nicht einfach umschießen? Oh, Sekunde, dann nehme ich mal lieber die hier. Alter, what? Okay, schade. Weiter. Aber ich will den umbringen, ich bleib dabei. Auch wenn das jetzt vielleicht schwer wird gegen die alle, aber... Kann ich reden? Du hast es, Captain. Ich habe einen größeren Rumpf. Ich habe einen Rumpf, Arbadi. Das macht es. Zeit für ein Drink. Oh, diesmal sind die nicht getriggert worden, lol. Ich bin mir aber trotzdem ziemlich sicher, dass der Typ nicht Rockwell ist. Weiße Schokoladen-Yummy sind eine Taschen-Nummer. Das kann nicht der echte Vorsitzende sein. Jeder weiß, der echte Vorsitzende ist schwarze Schoko-Yummy's. Ich habe keine Ahnung, warum die beim letzten Mal getriggert wurden. Ich meine, wäre auch egal gewesen, wenn ich jetzt auch dieses Mal wieder versucht. Was haben wir denn hier? Post-its. Wer auch immer hier arbeitet, versucht wohl mit Klebezetteln den Überblick zu behalten. Unter den Lesbaren befinden sich Rockwell-Besuch-To-Do. Ausweise konfiszieren, fertig. Ausweise neu drucken, steht aus. Wartungsschlösser wechseln, steht aus. Warte auf neue Schlösser, neue Schlösser bestellen, fertig. Abriegelungsprozedur neu bewerten, Abdockhürte, bla bla bla, Schmuggelware. Hm. Okay, was auch immer. Alle Labyrinth-Mitarbeiter werden daran geändert, dass der Zugriff gesichert, dann Endkündigungsprozedur, bla 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 bla. Nachrichten, Kameras. Jim, ich versuche, Akandas Befehle schnellstmöglich umzusetzen. Von meiner Seite aus sind nur noch ein paar Sachen offen, aber ich weiß noch nicht, was wir wegen der Kameras machen sollen. Sie meint, dass Sicherheitsvideos nicht genug sein. Sie will ganze Filmrollen. Was geht da vor sich? Okay, Propaganda halt, ne? Sie bringt einen VIP zur Internierung her. Die Sicherheit wird auch noch hochgefahren. Äh, zu, tut mir leid, wegen der Unannehmlichkeiten. Ist ein ziemliches Chaos hier unten. Sagte irgendwas davon, dass eine Ankündigung aufgezeichnet wird. Alle sind furchtbar aufgeregt. Ist eine ziemliche Geheimniskrämerei, aber ich rate mal, dieser VIP ist schon eine Weile auf der Flucht. Kann mir vorstellen, dass die Ingenieure ein paar Kameras haben. Ich schaue mal, ob ich welche finden kann. Danke dir, du kennst sie ja. Wenn wir auch nur eine Sache auf der Liste vermasseln, dann sind wir geliefert. Du hast ja keine Ahnung, wie verdammt schwierig es war, die eine verfickte grüne Plane aufzutreiben. Ehrlich jetzt, so schwierig? Sonst noch irgendwas? Sehr verehrte Nation. Chairman Rockwell wurde abgemorgst. Seine Leiche wird demnächst zu Hundefutter verarbeitet. Ihm nachzutrauern, wird als Kapitalverbrechen erachtet. Das war aber unspektakulär. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das der echte ist. Einfach nur, weil es zu unspektakulär war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt wirklich einfach so... Du, ja... Du stolperst quasi über den, während der in einem... Fernsehstudio rumhängt. Leil? Der ist denn jetzt da hinten? Immer noch die Ikonoklasten, okay. Dann müssten wir jetzt mal ganz schnell da hin. Hier kann... Hier kann ich mich rausreden. Versuchen wir jetzt nochmal das andere. Ja, was geht dich das an? Oh ja. Toll. Okay, du hast dich klar und deutlich ausgedrückt. Tut mir leid, Ikonoklasten. Aber bei denen funktioniert die Verkleidung nicht, ne? Die wissen, dass ich das bin. Alter! Okay, ganz schnell hoch. Ja, tun wir. Ich hoffe, du bist richtig über das, Kapitän. Ich auch. Ich glaube, mir keiner hofft mehr, dass das hier gut geht, als ich. Ich werde es gleich beenden, Freude. Du hast die Balance der Kraft. Du hast den natürlichen Ordnung von Dingen gebrochen. Du hast Unzertanzung und es ist nichts, was ich beschränkt. Es gibt keine natürliche Ordnung, Fräulein. Die ganze Ordnung, die du so hoch hältst, ist nur menschgemacht und kann auch von Menschen wieder geändert werden. Wow, wenn du so ausdrückst, klingt auf einmal alles ziemlich cool. Typisch. Räumt in der Mitte einer Krise. Es ist fast, als ob du im Chaos erhebst. Chaos ist die Lösung. Mein Rapport sagt, du warst einfach vermindert. Ich habe einfach nie gedacht, dass du so dumm genug sein würdest, das gesamte System in Chaos zu schlagen. Chaos ist die Lösung. Ich sollte dich ein lange Zeit mit dir ein paar Jahre vorgehalten haben. Du warst immer zu gefährlich, dass es unzertet ist. Yep, hättest mich mal lieber umbringen sollen, bevor ich aufgelevelt habe. Jetzt bin ich zu stark. Können wir das beschleunigen? Ich muss deine Kolonie retten. Ja, eine Ordnung, die aber nur dir und deinen reichen Freunden nützt. Alle anderen können von dir aus doch zur Hölle fahren. So ist es doch. Ja, genau. Fordere mich nicht heraus, Sophia. Das ist schlecht für deine Gesundheit. Lieber nicht. Dann leg dich mal voll ins Zeug, du Psycho-Tante. Wenn du insistest. Diese Prisone ist mit einem automechanischen Bewerb. Ich habe es programmiert, um dich auf der Seite zu eliminieren und deine Räume zu rinzen. Und nicht zu worry about. Ich werde dir Dr. Wells informieren, dass du heroisch sterben oder was. Okay. Alles klar, das scheint sowas wie der Endboss zu sein. Na, dann nehme ich doch glatt mal meine Säurisch-Rotflinter. Äh. Ich komme irgendwie runter. Ernsthaft, 100. Ich komme nicht zufällig auf 100, oder? Wenn ich das jetzt alles trinke hier, was du hast. Äh. Körperattribute. Geisterattribute. Persönlichkeit. 95. Lächerlich. Nein, nicht auf die, auf den Großen. Nein. Alter, Alter, da kommen aber auch ganz schön viele gleich mal. Okay. Das ist jetzt etwas schwierig, weil jetzt muss ich was tun, was ich in den ganzen Spiel noch nicht gemacht habe. Nämlich taktisch vorgehen. Aber gut zu wissen schon mal. Nein, da... Schlechter Moment, Paradi. Ganz schnell die Pläne wegmachen. Alter, was zum Teufel macht da so viel Schaden? Scheint ihm das wirklich aus? Alter, ernsthaft. Alles klar? Nice. Okay. Paradi, Beste. Das habe ich jetzt echt gerade nur ihr zu verdanken, weil sie den jetzt ausknipsen konnte mit ihrer Fähigkeit. Ich glaube, es sei immer noch, Stan wäre noch besser gewesen vielleicht als Ali. Aber wenn ich... Na gut, okay. Du kannst ja nicht wissen, dass du gegen einen Roboter kämpfst. Hier noch irgendwas? Nee. Können Sie mal gucken, hier. Hätte es bestimmt auch noch irgendwo ein Terminal gegeben, was man hätte hacken können. Und dann hätte man vielleicht Drohnen auf seine Seite bringen können. Wäre zumindest logisch gewesen. Oder auch nicht. Falls nicht, dann würde ich das sogar als einen gewissen... Oder warte mal, du kannst bestimmt hier rein, oder? Ja. Hier ist ein Terminal. Okay, wenn du 100... Ich glaube, wenn du hier 100 Schlossknacken hast, kannst du hier rein. Du kannst dir bestimmt mit dem Terminal diese Roboter irgendwie ausschalten. Und dass du zumindest die Kleinen nicht hast. Und dann wird das irgendwie so. Der Grund, warum ich das hier gerade vor mich hinfasle, ist... Ich versuche nämlich mir gerade zu überlegen... Wie kommt hier bitte jemand durch, der keine... Äh... Keine Kampffähigkeiten geskillt hat. Du kannst ja theoretisch auch sagen, hier, ich skille komplett auf soziale Fähigkeiten. Und... Sonst auf gar nichts, weißt du? Oder nur auf Schleichen die ganze Zeit. Ich meine, wie kommt dann hier jemand durch? Da macht der gar nicht genug Schaden. Aber streng genommen, es ist, glaube ich, so... Ja, frag dich das mal. Entschuldigung, ich finde es gerade einfach nur geil von mir, dass ich... Dass ich tatsächlich... Beide, den Rockwell und die Akande in den Haufen von Asche verwandelt habe. Kann man jetzt einfach zusammenkehren und Müheimer schmeißen, wo sie hingehören. Oh, Mann. Oh, Mann. Ähm... Du weißt, dass ich dich nie zurück... Dass ich nie zulassen würde, dass dir was passiert, finde ich. Warum habe ich das Gefühl, ich leide gerade in der Romance ein. Ich hoffe, dass deine Efforten nicht in vain waren. Du hast ein großes Problem gehabt, nur für einen fuhlischen alten Mann. Du hast das Board in Tattern verlassen, aber Halcyon ist noch auf dem Weg von Starvation. Ich hoffe, wir sind nicht zu late. Tja, toll, ich wollte gerade feiern. Ich hoffe, ich konnte als optimistisch sein, wie Sie, aber wir haben ein sehr Problem auf unserer Hände. Er hat sich in drei Jahren gelesen, in drei Jahren gelesen. Es gibt keine Kommunikation, keine Signale, nichts. Two Jahre später, die Earth-Directorate's Frigate disappeared auf der Weg zurück zu Earth. Wir wissen nicht, was sie herauskommt, wenn sie herauskommt, oder ob sie herauskommt, überhaupt nicht. Sie haben sich nicht ganz ganz auf hierher gewesen. So, da ist noch eine kleine Stamme zu worryieren. Er ist humanity's home planet, Miss Fenhill. The psychological effects of losing our original home will be devastating. You mean, we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. Returning to Earth is no longer an option. Das weißt du nicht. Earth isn't going to help us. No one's going to help us now. We're alone out here. And I don't know, if we're going to survive. Okay, also die, äh, also erstmal, du weißt nicht, ob's ne Option ist, zur Erde zurückzukehren. Du hast lediglich gesagt, es gibt keine Nachrichten mehr von der Erde. Und dass diese eine Fregatte verschwunden ist. Was im Übrigen ein echt geiler Fortsetzungsköder ist, wenn man mal drüber nachdenkt, weil das wäre eigentlich ein sehr guter Pitch für The Outer Worlds 2. Dass du halt einfach zur Erde zurückkehrst und dann eben feststellst, dass, keine Ahnung, dort eine tatsächliche Alien-Invasion stattgefunden hat oder sowas. Oder was weiß ich. Und, naja, wie auch immer. Ähm. Ja, aber nichtsdestotrotz müssen wir hier überleben. Da hat er natürlich recht. Vor uns liegt ne Menge Arbeit. Achso, warte mal. Ja, ich frag dich nochmal was. Was glaubst du ist passiert? Gut, man muss auch mal sagen, ich meine, die ganzen Kolonieschiffe, die Hope hat 23 Jahre bisher hergebraucht. Also, ne, seitdem, wir gehen jetzt mal davon aus, die Erde hat noch existiert, als die Hope gestartet ist. Und, äh, 23 Jahre sind seitdem vergangen. Ja gut, in 23 Jahren kann einiges passieren, ne. Eine Fregatte ist verschwunden. Hm-hm. Das war zwei Jahre vorhin. Wir haben nicht ein Wort von ihnen gehört. Whatever hat sich zu Earth hat, hat sich zu ihnen passiert. Ja, Akande hat so viel gesagt gesagt. Earth hat uns nicht ein einziges Message in drei Jahren. Keiner weiß warum. Akande hat sich die Wahrheit gehalten. Vielleicht mit gutem Grund. Kannst du was passieren würde, wenn die Wahrheit wurde? Wir hätten ein wirkliches Pandemonium. Ja, schon. Aber andererseits ist es natürlich auch eine sehr gute Motivation zu sagen. Hey Leute, wir müssen jetzt echt hier überleben. Okay. Also von daher. Eine Relaisstation in der Nähe von Skilla hat seit drei Jahren keine unverschlüsselten Nachrichten mehr empfangen. Ja, du warst derjenige, der diese Relaisstation reaktivierte, nicht wahr? Any message from Earth would have arrived unencrypted. It's been three years since our last message. The board tried using drones to contact Earth. Every one of those drones sent back the same encrypted message. Earth is completely silent. Oha. Da wäre noch was. Ich weiß über die anderen Kolonisten Bescheid, Finneas. Ich habe nicht versucht, die Wahrheit von Ihnen zu tun. Aber nach all you've getan, I owe you an explanation. Ja, ich experimentete an den Hopes Kolonisten. Each of my experiments ended in catastrophic failure. Each of my subjects died in agony. You are my first and only success. I didn't tell you about the others because I didn't want to burden you. My failures are my own to bear, not yours. Ich verzeihe dir. Thank you. Perhaps in time I'll learn to forgive myself. My apologies. I need to get a hold of myself. We have far more pressing issues to worry about right now. If you have any more questions ask me. I'll answer as best I can. I had hoped your fellow colonists might hold the key to saving Halcyon, but I don't have nearly enough chemicals to revive them all. I'll do what I can. I just hope it's not too late. It's time I return to my lab. I'll try to save as many of the Hopes Kolonists as I can. You're under no obligation to help me. You've done enough already. Äh, was? Ich muss da an Icecreme denken. Und ich bin die einzige kompetente Person. Du musst nicht fragen, ich werde dir helfen. Thank you. I'm going to need all the help I can get. I know I've asked too much of you already. I revived you into a strange and unfamiliar colony. I put your life at risk. I made you an accomplice to my own ends. We were going to save this colony, you know. That's what I told myself when I pulled you from the Hope. You and I were going to set everything right. Now, I don't know what to think. Earth is gone, and we're going to need a miracle to survive another generation. I always suspected Halcyon might collapse one day. I just, I just thought we would have more time. Aber die haben wir leider nicht. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope's scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind. Survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation. But most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone. And for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. As the colony struggled to survive, the inspirational story of the iconoclast spread like wildfire. And Graham was able to bring many of the smaller Territu townships into the fold. However, his zealous obsession with spreading the word blinded him to the needs of a growing organization. And the movement was unsustainable at scale. The iconoclast way seemed to work best, and ultimately petered out on Monarch. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the Sublight family together. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away, and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research, and delivered it to the hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony. No celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers. But if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the unreliable, the vicar known as Max eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with. And he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Once the matter with the hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the groundbreaker. And Parvati, enthusiastically if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, Tramp freighters and wildcat miners sought her out by name. And in no time, she was a fixture in the groundbreakers' mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nioka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He was never able to come to terms with his own past, troubled by the decision of placing all his faith in the first colonist he ever revived, the infamous captain of the unreliable. The revival project yielded mixed results. Phineas, weighed down by limited support and his own guilt, struggled to revive more than a handful of scientists and engineers. They made a heroic effort to solve the colony's problems, but with small numbers and facing long odds, their solutions never caught on. Only a few of the Hope's colonists were successfully revived. Wells died before he could see the fruits of his labor. He passed away a haunted man, crushed by the guilt of his failures. Small, petty factions squabble over what remains of the colony. Every attempt to reach out to Halcyon's neighbors is met with silence. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this. The name of the unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. And that was... That was the Outer Worlds. Oh my god, I love such an end. Ganz ehrlich, mir reicht sowas. Ich brauche da keine opulente Sequenz oder so. Mir reicht das. Einfach nur so eine ganz sanfte Erzählerstimme, die mir erzählt, welche Auswirkungen meine Entscheidungen hatten. Und ja. Ähm. Was lässt sich dann am Ende dazu sagen? Ein paar... Also Fehler... Ich weiß nicht, ob man es Fehler nennen kann. Ich habe halt im besten Wissen und Gewissen gehandelt. Bis so jetzt, wenn man das alles mal so durchschaut. Ich glaube, ich hätte... Also Adelaide zu helfen am Anfang mit dem botanischen Labor war wohl offensichtlich doch ein Fehler. Weil Adelaide ihren Hass auf die Leute in Edgewater wohl nicht so ganz vergessen konnte. Also ja, ihr habt ja gerade selber gehört, sie hat halt nur ein paar aufgenommen. Und die, die sie nicht aufgenommen hat, die sind eben dann vermutlich gestorben. Ähm. Außerdem, ich hätte vermutlich wirklich die ganze... Die ganze Ladung der Chemikalien holen sollen. Ich dachte, ich treffe da eine humane Entscheidung, weil ich die Leute, die dort in diesen Experimenten saßen, eben nicht auch noch umbringen wollte. Aber... Ja. Das hat eben dazu geführt, dass nur ein paar von den Kolonisten der Hope wiederbelebt werden konnten. Vielleicht noch ein paar mehr dann mit den Anstrengungen, die ich und diese ganzen erweckten Wissenschaftler und Ingenieure unternommen haben. Aber eben doch nicht alle. Letzten Endes wird Halcyon überleben. Zwar nicht ganz optimal. Also nicht so... Es ist nicht das Wunder, was man sich erhofft. Aber irgendwie wird's schon gehen. Und ich find's cool, wie gesagt, dass das Spiel hier auch schon die Möglichkeit einer Fortsetzung integriert hat. Zumindest in meinen Augen eben das, dass es vielleicht doch in einem zweiten Teil zurück zur Erde gehen könnte, um herauszufinden, was dort passiert ist. Oder vielleicht umgekehrt das, was eben auf der Erde passiert ist. Oder der... Wer rummer dafür verantwortlich ist, könnte eben in Richtung Halcyon kommen. Ich tippe ja tatsächlich vielleicht auf eine tatsächliche Alien-Invasion. Wer weiß. Ähm... Vielleicht auch irgendeine radikale Gruppe, die auf der Erde einen Krieg angezettelt hat oder so. Man weiß es nicht. Aber ich würde mich auf jeden Fall drauf freuen. Ähm... Worüber ich mich auch jetzt auf jeden Fall freue, ist... Ich freu mich über jeden, der dieses Let's Play verfolgt hat. Es waren dieses Mal doch einige. Ähm... Also doch ein paar mehr als sonst bei meinen Let's Plays. Also, ich meine, bei meinen Zuschauerzahlen freue ich mich wirklich über jeden einzelnen. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe mein Möglichstes getan und das Ganze... Ja, wie immer habe ich mein Möglichstes getan, um das Ganze so unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Oh Gott, hier haben wir noch hoffenweise Danksagungen. Ja. Und... Vielleicht noch was... Was halte ich von dem Spiel? So Babys während der Entwicklung. Oh mein Gott, das ist ja geil. Während der Entwicklung hat auch jemand geheiratet und Leute sind gestorben. Oh mein Gott. Ähm... Was halte ich von dem Spiel? Ähm... Mach ich mal damit jetzt weiter. Ich muss echt sagen, ich... Ich finde, es war definitiv eines der besseren Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Weil es einfach mal so ein richtig schönes, kurzes, knackiges Rollenspiel ohne viel Schnickschnack war. Ähm... Ja, ohne irgendwelche Online-Features, ohne Lootboxen, ohne... Es war keine gigantisch große Spielewelt, wo man irgendwie 10.000 Stunden drin verbringen konnte. Ähm... Was bis heute zum Beispiel auch so ein Grund ist, warum ich unter anderem Assassin's Creed Odyssey nicht spiele. Einfach weil ich da gelesen habe, dass es dort einfach so viele unnütze Quests gibt. Und ähm... Ja, ich finde das braucht es auch gar nicht. Es muss nicht... Jedes Spiel muss kein Skyrim sein. So ein Spiel wie das hier, so ein paar kleine Welten mit ein paar lustigen Quests, Entscheidungsmöglichkeiten. Es hat ja auch einen hohen Wiederspielwert. Man kann es ja auch jetzt nochmal probieren, dass man andere Entscheidungen trifft und guckt, was das dann eben für Auswirkungen am Ende hat. Ich fand es ein bisschen seltsam, dass gar nicht... Also, Chairman Rockwell war eine Enttäuschung, definitiv. Und auch diese Adelaide... Ne, wie hieß die? Akande? Adelaide, wie komme ich jetzt? Adelaide war die im Botanischen Garten. Akande, die meine ich. Die zwei waren echt die einzige richtige Enttäuschung, fand ich, in dem Spiel. Weil da habe ich echt gedacht, ich meine, die hat dann halt irgendwie da so einen Roboter reingesetzt. Der hat halt dann so einen Charge-Move gehabt und du musstest dann eben da hinten seine Schwachstelle penetrieren. Ähm... Aber irgendwie... Ich weiß auch nicht. Also, das war ein bisschen unspektakulär. Gerade, dass die auch dann nicht im Ende vorgekommen sind. Dass das halt gar keine Auswirkungen hatte, dass das dann nicht mal erwähnt wurde. Ja, Rockwell ist halt gestorben. Also, Rockwell wurde halt getötet. Ja, ich habe den halt einfach über den Haufen geschossen. Und vor allen Dingen, was hätte ich denn sonst machen können? Ich hätte halt einfach weitergehen können. Dann hätte ich den da stehen gelassen. Und... Ach, was soll's. Ähm... Ansonsten... Man hat im Spiel natürlich trotzdem angesehen, dass es ein relativ geringes Budget war. Äh... War es wirklich dahinter? Das heißt, ähm... Die ganzen Siedlungen waren relativ unbelebt. Da waren nur ganz wenige Leute. Selbst das große Byzantium, was eigentlich eine Großstadt sein soll... Ich sag mal so, da ist bei mir hier auch ein Dorfplatz mehr los. Ähm... An ganz normalen Wochentagen. Ich fand's aber schön, dass ihr da gesagt habt, einige mussten sogar... Einige mussten sogar jetzt auf Arbeit gehen. Es sind wahrhaft düstere Zeiten. Ja. Ähm... Aber mit dem, was wir gemacht haben, haben sie, finde ich, echt viel rausgeholt. Mir gefällt vor allen Dingen der Grafikstil und so. Es gab schöne viele verschiedene Waffen. Dabei hab ich jetzt noch nicht mal... Da muss ich mich schuldig bekennen. Ich hab ja noch nicht mal alles ausprobiert. Es hätte ja noch diese ganzen Wissenschaftswaffen gegeben. Wir hätten einen Schrumpfstrahler gehabt. Ich mein, wie geil wäre es einfach gewesen, wenn nicht Sherman Rockwell... Wenn man da einfach geschrumpft hätte und hätte ihn zerlatscht oder so. Ich weiß nicht. Ähm... Ich hoffe wirklich, dass sich das Spiel gut verkauft. Beziehungsweise, ich glaube, ich hab schon gelesen, dass sich das Spiel gut genug verkauft hat, dass man durchaus über einen Nachfolger nachdenken kann. Weil den würde ich definitiv sofort ungesehen kaufen. Ähm... Obsidian Entertainment hat sich tatsächlich jetzt inzwischen zu meinem Lieblingsentwickler, was Rollenspiele angeht, ähm... Gemausert. Also ich finde, die ganzen Spiele sind ziemlich geil. Ähm... Sachen wie zum Beispiel... Wie heißt Pillars of Eternity? Hab ich zwar jetzt nicht gespielt, weil ich nicht so der Fan von solchen taktischen Rollenspielen bin. Da bin ich schlicht und ergreifend zu ungeduldig. Und zu doof für... Ich hab auch Divinity 2, was ich hier auf dem Kanal angespielt habe. Hab dann aber das letzte Teil abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, das Spiel ist nichts für mich. Selbst das hab ich nochmal versucht inzwischen. Für mich so privat, ob ich das eventuell durchschaffe. Ich schaff's aber nicht durch. Aber trotzdem... Insgesamt macht, finde ich, Obsidian extrem geile... Rollenspiele. Und das war auch eines davon. Ja... Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Wie gesagt, ihr dürft mir jetzt gerne noch in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Spiel gehalten habt. Ich fand's unterm Strich wirklich grandios. Ähm... Mit den Ressourcen, die sie zur Verfügung hatten, haben sie eigentlich gemacht, was sie konnten. Natürlich kann man noch jede Menge Sachen verbessern. Aber ich glaube, das wird dann auch passieren. Also wenn die einen Nachfolger machen, wird dann, denke ich, noch viel mehr Geld fließen. Einfach weil's so erfolgreich ist und weil's so gut gelungen ist. Aber ich hoffe, wenn ein Nachfolger kommt, dass der dann nicht überhand... Also dass der dann nicht so überbordend groß wird. Die dürfen gerne die Spielewelt so klein und kompakt halten wie jetzt. Also von mir aus ein kleines bisschen größer. Von mir aus noch 20% größer. Eine... Weitere Welt. Wir hatten ja Terra 2 und Monarch als größere Welten. Und Skilla, ne? So, also... Aber Skilla war jetzt... Da war jetzt nicht so viel los. Da gab's keine richtigen Siedlungen oder so. Also wenn du da jetzt noch eine weitere Welt mit Quests dazu addierst, finde ich, reicht das vollkommen aus für so'n Spiel. Naja. Ich bedanke mich nochmal zum Schluss bei allen, die zugeguckt haben. Hoffe es hat euch gefallen. Wir sind jetzt wieder im Hauptmenü. Ich find's auch geil gemacht, wie der Schriftzug so an das Schiff angepasst ist. Ich frag mich, was war zuerst da? War das Schiff zuerst da? Und sie haben dann den Schriftzug draufgelegt? Oder haben sie das Schiff so angepasst, dass es auf den Schriftzug passt? Naja, wer weiß. Wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play. Es wird wahrscheinlich... Ich werd jetzt mal gucken. Es wird wahrscheinlich Monster Hunter Iceborne sein. Aber da muss ich erst mal schauen, ob ich das Let's Playen will. Also im Sinne von einem klassischen Let's Play mit Videos. Oder ob ich das streame. Und dann quasi den Stream. Den kannst du ja dann auf YouTube quasi als Video lassen. Na, da werden wir mal schauen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!